Hallo zusammen, ich bin Roberto Ribeiro. Ich bin im ersten Lehrjahr und mache Lehre als Elektroinstallateur bei der Firma ElektroGlad. Ich bin Nativ Tasselim, bin auch 16 Jahre alt und bin auch im ersten Lehrjahr als Elektroinstallateur. Und heute zeigen wir euch, was wir so als Elektroinstallateur machen. Kommt doch mit! Die Lehre als Elektroinstallateur dauert vier Jahre. Der Beruf ist sehr abwärts aus Österreich, arbeite sehr viel im Team. Und dein Job ist genau, du vernetzt Gebäude mit elektrischen Installationen. Du hast auch die Chance, mit vielen Bereichen im Gewerbe, Industrie und Wohnungsbau kennenzulernen. Wenn du eine Lehre als Elektroinstallateur machen willst, musst du gute mathematische Fächer sein, Interesse an elektronischen Installationen haben. Du brauchst ein handwerkliches Geschick und du hast Spass an Kundenkontakt. Das Gute an dieser Firma ist, dass alle Mitarbeiter sehr nett und hilfsbereit sind. Und dass unsere Firma in allen Bereichen tätig ist, lernst du alle Arbeiten als Elektroinstallateur erkennen. So, das war's gewesen. Ich hoffe, in den Alltag als Elektroinstallateur hat euch gefallen. Wenn es euch interessiert, bewerbt euch bei uns oder besucht unsere Website. Tschüss zusammen! Untertitelung. BR 2018